Die Welt von DMX klingt auf den ersten Blick kompliziert, ist sie aber eigentlich gar nicht. Und dass das so ist, das zeigen wir euch in diesem Video. Herzlich willkommen zum DMX Workshop. Mein Name ist Anna. Und ich bin Jens-Peter. Wir beginnen mit den Grundlagen von DMX. Zunächst einmal, wie die Geräte miteinander verbunden werden. Alle Scheinwerfer werden der Reihe nach angeschlossen. Wir beginnen vom Pult zum Gerät zu verkabeln. Jedes weitere Gerät wird einfach hinten angehängt. Das nennt man dann auch Daisy Chain. Wichtig, beim letzten Gerät hört die Verkabelung einfach auf. Es darf keine Ringverkabelung zurück zum Pult geschehen. In einer solchen Kette gibt es maximal 512 ansteuerbare Kanäle. Jeder Kanal hat dabei eine oder mehrere Gerätefunktionen zum Ansteuern. Alle Kanäle zusammen werden auch als ein Universum bezeichnet. Benötigt man mehr Kanäle, so benötigt man auch ein weiteres Universum mit separater Verkabelung. Jedes Gerät hat eine bestimmte Anzahl benötigter Kanäle, um die einzelnen Gerätefunktionen zu steuern. Zur Veranschauligung haben wir hier einmal etwas vorbereitet. Das erste Gerät hat drei Kanäle. Das zweite Gerät hat elf. Die Anzahl hängt vom Gerät und vom Modus ab und kann im Handbuch nachgelesen werden. Dabei kann ein Gerät mehrere Modi haben. Entweder mit mehr Kanälen und damit einem höheren Funktionsumfang oder möglichst kompakt mit wenig Kanälen. Diese Geräte hier haben damit zwei unterschiedliche DMX-Belegungen. Zudem besitzt jedes Gerät eine sogenannte Startadresse. Diese definiert den Anfangspunkt der DMX-Belegung. Damit es keine Überschneidung gibt, sollte für die nächste Startadresse des weiteren Geräts immer mindestens die Kanalanzahl des vorherigen Geräts hinzuaddiert werden. Das schauen wir uns jetzt einmal hier in der Kanalübersicht an. Wir geben jetzt beispielsweise dem ersten Gerät die Adresse 1. Wir können jetzt dem zweiten Gerät nicht die Adresse 2 geben, weil dann gäbe es hier die Überschneidung. Auch die Adresse 3 ist belegt. Somit bleibt als erste freie Startadresse die Adresse 4 übrig. In unserem Beispiel hat das erste Gerät die Startadresse 1 und belegt drei Kanäle. Zwischen dem ersten und dem zweiten Gerät haben wir eine Lücke von zwei DMX-Kanälen gelassen. Damit hat das zweite Gerät die Startadresse 6. Jede Gerätefunktion belegt mindestens einen Kanal. Jeder Kanal hat einen Wertebereich von 0 bis 255. Also können wir insgesamt 256 Werte einsteuern. Es können auch mehrere Kanäle pro Funktion sein, um die Auflösung entsprechend zu erhöhen. Das gibt es beispielsweise bei der Pan- und Tilt-Funktion. Diese Kanäle heißen dann 16-Bit- bzw. Feinkanäle. Nun zeigen wir euch noch die Gerätefunktion. Zum Beispiel bei unserem ersten Gerät. Da haben wir auf dem ersten Kanal unsere rote Farbe. Wenn ich auf den zweiten Kanal gehe, haben wir unsere grüne Farbe und auf dem dritten die blaue. Bei unserem zweiten Gerät ist es schon so, dass wir einen Dimmer mit haben. Diesen zählen wir auf und können auch dann die Farben rot, grün und blau ansteuern. Auch können wir hier noch weitere Farben ansteuern, die ich jetzt allerdings nicht zeigen möchte. Je nach Funktion können auf einem Kanal auch mehrere Abschnitte für mehrere Funktionen sein. Wie beispielsweise unterschiedliche Gobos, interne Programme oder wie hier beispielsweise der Kanal 9 des Gerätes bzw. Kanal 14 unserer Kanalübersicht, hier die Farbwahl. Das sehen wir jetzt hier, können wir unterschiedliche Farbbereiche durchschalten. Die genaue Belegung findet man im jeweiligen Handbuch. Wichtig, bei vielen Geräten, wie auch hier dem zweiten, gibt es Kanäle, die voneinander abhängen. So zum Beispiel eben der Dimmerkanal und die Farbkanäle. Ziehen wir nur den Dimmerkanal hoch, dann haben wir keinen Output. Ziehen wir auch nur einen oder mehrere der Farbkanäle nach oben, haben wir auch keinen Output. Wir müssen schon eine Kombination aus Dimmerwert und einem oder mehreren der Farbkanäle nach oben ziehen, damit wir auch eine Farbe auf dem Gerät sehen können. Damit haben wir kennengelernt, wie eine grundlegende DMX-Verkabelung aussieht. DMX wird in einer Kette verkabelt. Dabei hat eine Kette insgesamt 512 Kanäle, wobei jeder Kanal insgesamt 256 Schritte hat. Jedes Gerät belegt eine gewisse Anzahl an Kanälen, wobei komplexere Geräte eine komplexere Kanalbelegung haben. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020